Bounce Herzlich Willkommen zurück zu Ihnen Let's BDA von Monster 4 Und ja Bei der letzten Aufnahme halt der Nacht ist mir der Safe von unten gegangen Da hast du erstmal nachgespielt Aber ja egal eigentlich Falls alles nicht so ist wie vorher So jetzt hab ich mir bereit Und jetzt probier ich mal neu Diese Wipfel zu besiegen Ich denke das ich schon schaffen werde Aber ich bin mir nicht sicher Also ich hoffe das ich es schaffen werde So Jetzt gehen wir so Dann so Und so Und so Das geht in Englisch hoch ganz einfach Damit es jemand raus hat gehts einfach So Und jetzt Der Kamm Da vorne Spannend Spannend Schwer raus So Echt schwer raus Nein Ach man Kommt hier Kommt jetzt Ja Ja Deine Mischwitzel Noch gemischt Ja ok Das ist doch Glück Und das dürfte ich überleben Ja ok Und gewonnen Die Gäste Die Gäste Ja Nein Nein Haa kann ich nicht gern So jetzt ist mein Wulchanso dran Punktensprung, besiegt, Panzer, ja, das kann man, Feierbocken kann ich schon brauchen. Komm, triff, triff einfach, ja, 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 nein, ja, nein, achso, nein. Ich bin frei, Väterorten, geh weg, bin doch egal, ich bin frei, so, jetzt bin ich glücklich. Feuerbockenmann, aber was muss ich raustun? Keine Ahnung. Ja, wenn, dann würde ich knackig machen. Ich bin so schnell entwickelt, trotzdem, ja. Ne, Leilani. Ach, Mann. Eben. Ich bin toll auf. Jetzt denkst du mal, wie das so war für die Rute. Und ich schlafe. Und ich schlafe. Nicht. Da will. Und weiter gehen. Etwa unten. Todefänger. Okay. Bei was? Ach, tot. Und jetzt laufe ich weiter. Keine Ahnung, wo dort laufe ich deine Szene. Ja. Es regnet doch. Ja. Und hier der Ninja. Ja. Da komm. Ich bin genau dafür, wer jetzt in Vollerwohnung geht. Hä? Ich hab die Pfoten. Hä, das ist doch nicht die Pfoten. Ach, Mist, da geht's ja gar noch umräumen. Äh, hm. Hä? Ja, was soll das? Was bringt der? Was bringt der? Was bringt der ein Willensleser? Na ernsthaft. Was bringt das? Das ist noch eine kleine Schiffe. Auch Pele Posse ein, wenn man die Schaufe bekommt. Ach, den hab ich schlossen. Ja wie gesagt, ich hab's denen jetzt nicht hundert%ig nachgeschmieden sehen. Das ist schon gut. Den meisten. Was tritt ein. Flugkäfer. Wie ein Flugeschlag. Was ist Flugkäfer? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Huck um. Huck um. Huck um. Naja, Junge, du bist schlecht. Ah ne, ist schlecht, oder so. Ok. Jetzt muss ich. Ja, ich muss mehr, aber... ...die Schirröl... ...so rauf. Ich muss mal zerstören. Die Latte klauen. Und jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich einfach nur hier. Mutig. Gute Wahl. Nein! Ich bin tot. Nein, doch nicht. Ok, zu schnell da hab ich gemündet. Ne. Dann... Ähm... Ich bin, die sind alle jetzt alle gut gemacht lassen. Ja, das ist verrückt. Ach, das werden wir jetzt zu früh. Genau, das werden wir jetzt verrückt. Wenn wir manchmal jetzt zu früh einmal... Haha. Äh, da ist es zum Töne noch. Ja. Das ist gut. Dann pick die noch. Naja, rein schon. Gut, trotzdem. Das ist gut. Das ist gut. Nein! Egal. Nein! 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 Versuch es lieber, wenn er ist. Naja! 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 Dann nur, wenn ich das so kranker will. Ich hab das selber auch zu... zu Bieres, aber... ZWeiß nachdem geht's auch gut. So, zum Bieres... Du hast zum Bieres sagen. ZWOBONE. ZWOBONE. Ich hab das schon... ZWOBONE. ZWOBONE. Und es läuft. Und die Hitze schlaue. Jetzt schon. ZWOBONE. 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 Was soll man zählen? Ach, was mach ich? Hä? Wie zieht das ab? Bulltime, ich kann dir versprechen, dass du zum Ende wieder dabei bist. Warum wechsle ich nicht? Ach, nein! Was mach ich? Ja, mir doch egal. Ungeschlag. Ich find ja, also Pelipper ist ja ganz gut, aber... Das sieht nur so toll aus. Hm. Davon kennen wir mal so einen Mega an den Kumpass bringen. Ja, tot. Ja, gut. Mega Pelipper. Komm. Na gut. War das ein Fehler oder doch nicht? Wir werden es ja aus ändern. Was ist da unten? Ja, wahrscheinlich gerade. Ach, warum. Äh, Käfersandler? Oder Foscher? Käfersandler. Gefahrhäber. Hä, warum ist das Flügel schlag oder voll? Hä? 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 Achso. Achso. Achso, anscheinend schon verknockiert. Das lag in dem Level übelst zurück und jetzt holtest du da übelst auf. Ja. Das ist Seltsam. Die kann's nicht. Die kann's nicht. Die kann's nicht? Die kann's nicht. Die kann's nicht? Ah, das war okay. Komm. Flügel schlag. Fluggerschlag! 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 Heimdruck! 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 Komm! Okay, verloren! Doppelteam? Komm bitte! Ja! Verschleißen! Ne, in der Umgebung ist es nicht genug. Zur unheimlichste Stadt und Heilung. Hexer! Bitte Hexer! Ich mag keine Hexen! Die wollen mich immer töten. Er ist tristbar. Hallo, ist das Ding gut? Wie gut ist denn das? Was? Freilich! Hexer! Es ist rummisch, ja mit dem Pikachu rumzulaufen. Hexer! 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 Oh komm bitte! Nein! Achso... Ja gut! Ah nein, jetzt bin ich doch von dir! Nein! Nein, das wollte ich doch gar nicht! Nein! Nicht nochmal! Toll! Und komm! Aaaaaaah! Und... Ups, okay! Genau! So platzt doch! Nur 10 ist irgendwie der beste Weger! Von... Begabo! Und so! Deine Leute! Komm jetzt! Yay! Das hier ist die Safari Zone! Die werde ich vielleicht auch nochmal betreten, aber nicht jetzt! Egal, ich hab auch Spriter bearbeiten! So! So! Und dann ablegen! Aaaaaah! So! So! Dann kommen wir in die Wege! So! 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 Ich hab schon wegen Pele drauf rausgekommen. Och mann. Wie es aussieht. Die nächste Stadt möchte ich bitte noch. Bitte in die nächste Stadt noch. Klaupte, ne bitte noch. Pikachu ist tot. Mann, Pikachu... Äh, es liegt ja noch. Ich bin Pikachu und größer. Äh... Okay. Warum muss eigentlich das Problem? Warum muss ich eigentlich das Problem sein, wenn alle sterben und die anderen nicht? Egal. Ich geh nur schnell heilen. Und dann... Tschüss. Und dann... Tschüss. Und dann noch die Rotary. Und dann schauen wir mal. Alles Gute. Und dann gehts mal wieder.